Vielen Dank dafür, dass ihr von euch an unseren YouTube-Kanal eingeschaltet habt. Uns wird auch sehr gefallen, wenn ihr uns sehr gut werdet, in der Videobeschreibung anklicken. Vielleicht schreibe ich euch mal unsere WhatsApp-Nummer ab. Schreibt uns mal ein paar Bilder, Videos. Vielleicht könnt ihr uns auch mal in die Folge, schreibt uns ihr Zeugnisteil. Wir beten auch, dass alle unsere Videos einen sehen möchten für euch zusammen. Von euch ist Weihnachten, den 25. Dezember. In meiner frühen Eich wurde ich hier bitte nach dem Bachstein gekommen, denn das ist kalt. Das ist minus 20, so what? No, only minus 10. Und der Wind ist ganz grünlich so jetzt durch. Und wo wir hier im Bachstein gehen, die gehen von meinem Schwererl aus dem Haus. Ich hatte jetzt Weihnachten geführt, mein Schwererl aus dem Geburtstag. Das heißt, nein, das ist eben nicht hier alt geworden. Wir waren meine frühen Eich nach Hause gegangen. Wir warten uns an 24-10 Minuten hier. So, wir werden hier mit uns ins Bett kommen. Und wir wollen hier ein bisschen rumgehen. Das können wir jetzt sein, wo wir hier leben. Das ist ein grünlicher Schneestarm. Das ist ganz grünlich geschnitten. Und ich glaube, ich habe das noch nicht verstanden. Das ist eine sehr viel Schnee hier bei uns. Ich habe das an der Baumseine, wo wir hier gingen. Das ist hier an sich für 30 cm der Schnee. Und wir wollen hier über eine Brücke übergehen. Und dann kann ich ein bisschen sein, wie das hier sein wird. Das ist ins Redford, Ontario, Kanada. Der Wind ist gut stark. Und die Worte wird ein bisschen windig sein. Vielleicht an dem Audio. So, ob ich immer auf diese Treppen abkomme. Ich werde abpassen, wenn ich... Geh mal da. Wow. Es sind noch ein bisschen Stunden hier. Und wir werden hier in der Wiese von Bauer. Wie das hier sind. Wie in der frühen Eck. Das wird jetzt über grünlich sein. Mit der Sportmärkte. Dann kann ich hier mit uns mit gehen. Weil das hier sein wird. Oder die Kamera hier aufdrehen und ankommen. Und dann kann ich... Das wird sein, weil das hier von Bauer sind. Und hier gingen die Rutsen ab. Diese Treppe sind ab. Das nennt man in Kanada einen Schneestarm. Die waren mit Jintaub. Diese Schmücke wäre hier vorne. Diese Treppe rauf. Wenn wir nicht abpassen. Wo haben wir hier überrasch. Raufrutschen. Das war ganz grünlich sein und laut. So, hier ist Stratford, Ontario. Das schneide fällt von den Bäumen rauf. So, dann seht doch mal das Winterwunderland. Das entsteht ein Notstorm in Paraguay. Da ging mir auch am Traude. Da ging mir auch der Schein, wenn der Notstorm wird. Oh. Oh. Ich denke, wie er da rauf schattert wird von den Bäumen. So, wo die hier, ich wohl hier in Welle mit ansteupt, wird die vielleicht zu dem Schnee gehen. Hier wird die eine Feind anducken und wird aufschäulen. Aber wenn ich 20 Jahre alt bin, der ist mit dieser Jacke, dann ist das nicht so kalt. Das ist nicht so kalt, das hat Sitz. Das wird grünlich sein, das knackert und ja die Feind sind im Bett. Der langen Stich du am Busch. Schau mal, da ist ein Loch ohne. Oh, das ist gut. Und ja, wie jeder kennt, der Luft dich. Und du, der hat da nicht anfriert. Ja, da sind Menschen, die gehen hier, oder sind hier auf Ferrands gegangen. Schau, wir sind gleich die erste, die hier verleihen in Busch. Da sind hier in Busch gegangen. Das gehört hier weiter. Das ist in Stratford. Wir sind hier in der Stadt. Und sind hier in Busch, habe ich hier. Das war schon mir schwererlöschend. Hier ist hier einmal der Suchverleihung gegangen. Da haben sie den Suchwohn abgeräten. Und dann haben sie hier den Stich noch für uns zu gehen. Im Sommer, als das hier so erscheint, dann sind die Bäume fern hier rein. In ferner Schote. Aber nie im Winter wird ein fern Schnee. Das wird jetzt so erscheinen. Das ist das erste. Wenn ihr mit uns, habe ich hier noch gedacht, dass ich das in Busch gehe, dann möchte ich Ihnen einmal mitmerken, dass wir unseren Jesus, unseren Vater im Himmel waren deine. Ich möchte Ihnen sagen, dass wir einfach danken, für uns so eine schöne Städte aus der Tiere. Ob das nicht rein ist, ob das nicht hier ist, ob das nicht weit ist, ob das nicht weit ist. Plötzlich doch alle gelegt. Die Sache ist, dass wir sind kurz in der Küche, wo immer wir eine Gelegenheit haben, uns einander anzusparen, Jesus' Notenfolge, da bin ich auch da. nicht so? Und da wählen wir auch für meine frühen auch diese Videos. So, dass wir gerne hier in der Ocke mit ihr Müll machen. Und Gott, für deine. Schau mal hier. Es hat heute nicht Schmuck, weil Gott uns das in der Tür gejiebt hat, dass wir gerne selber aus dem Vorab sagen. Wenn wir in Paraguay sind, oder Bolivien, oder Niedsland, der Städte, Mexiko, wie seine Amazones Schmuck gesteht. Wie deine von der um 25. Mitzamba, der wie Jesus' Geburtstag fährt. Jesus wird von uns Sünde und Frieden auf Golgathach durchgeteilt. So dass du eine Vergebung der Sünde haben. Und ich glaube, dass es besonders fern, dass wir gerne mit Jüntheub Gott seine Natur hier ein bisschen sein. Die ein bisschen wissen, was hier alles ist. Und wo wir an Gott vor dem Himmel können. Und wenn wir das hier sein können, das hat Menschen geboten. Bloß, dass wir gerne ein bisschen rumgehen. Aber Gott hat uns auch der Gauwe geeft, dass wir das Evangelium von Jesus von anderen vertellen. Wir als plattige Menschen sollen uns von vielen Dollar mitmachen. Jesus seine Namen grün zu machen. Andere Menschen von ihm zu vertellen. Wird das nicht schmuck sein? Könnt ihr mal mitmachen mit diesem Video wenn ihr hier mit uns habt. Dass diese Schnee gehen können dann. Dass die Gauwe deinen. Ich war Weihnachten in diesem Video wo ihr vielleicht noch Weihnachten sein soll. Aber da plötzlich auch alle gerade liegt. Hier wird ein paar Schmöcke leert gewesen. Hier ist eine Brie von Boote Ewa. Schau dir mal. Der Wind hat hier ein bisschen alle rauf gemerkt. Aber ich werde ein bisschen rauf gehen in der Bitterwiese. Hier ist auch kein anderer rauf gegangen. Schauen wir wie viel Schnee hier ist. Wo wir hier ein bisschen rauf gehen. Das ist ein bisschen witzig. Ich werde hier ein bisschen Aber ich glaube, dass das so grünlich sehr schmuck in der Schnee hier. Check die mal wie fein wit das alle ist. Alles fein wit eingefroren. Hier ist noch keiner fahren zu gehen. Seht man so. Kiegen wir die Streepel Schnee hier zu fliegen geht. Und da auf die kant alles fein angebakt das Schnee. Fein wit rein. Die Bibel sagt wie sehr rein aus Wetter Schnee wird an der Seil sein. Und hier wird an der Sende vier Jahre. Und so wird merkt das andere. Das ist schön riesig. Wow. Gehen wir hier. Wir sind heute fern dünn oder wie man das heißt. Angebackter Schnee. Wo ich denn hier einmal diese konnte. Es ist heute die Schmuck wird im Rehm oder taub. Wow. Gottes Wunder. Das grünlichste Schmuck. So hier sehe ich meine Frühe. Steht hier bei Südeni. Ja. Ja. Die sind ein bisschen so als waren die von der Mond jams. So mache ich leider. Nichtsä? Eine bisschen und er hat eben im Kopf und es ist nicht sehr kalt. Es ist gar sehr kalt, nicht? Nein. Nein, nein. Meine Frühe hat sehr schein mit mir zuhause und meine hat sehr schein mit ihr zuhause. Die sehr Frühe hat auch eine Frühe, wo das auch gleiche da. Da ist ein Worte, da ist ein Zui. Da steht hier da. Da ist eine Brücke. Hier haben wir heute über den Brick übergegangen. Da haben wir die Wiese über über den Brick und an der anderen kommt ein bisschen die Worte. So. Hier haben wir hier knappgegangen auf diesen Tick. Da ist auch wie wir das Flan gegangen. Da haben wir ein bisschen verdreckt alle den Schnee. in den Rücken. die Brücke. der Brick von Wohen. Und ich habe heute wo ihr das Video da steht gewesen. Da wird es ein bisschen windig sein. Und wir können trotzdem noch mit den Rücken. Da ist der Wind wieder da. Und das wurde ganz gegrillt noch. So, hier ist das nicht bestohlen. Sie können hier die neue Bestohle erst anziehen. Wenn es dann sehr windig war, dann muss ich hier für Dünne sein. Da sind die Rüchen, halbmeiter Deip, und hier, die wir gerade noch scharfen, nah an die Ängste an. Weil ich mich hier an das hier nach Hause gekommen bin, das ist das. Schau mal da. Wenn ich die dritte Brüder durchgehe, wenn ich dachte, dass es das sein, dann können wir finden, wie das alles ist. Jetzt sind wir durch den Barsch, ich habe mal ein bisschen bozier gegangen. Trotzdem, wird es wahrscheinlich ein bisschen gehen. Oh ja, schneller. Ja. Ein bisschen schneller gehen. Ja. Die Tränen? Oh ja. So, wir machen es ein halftes. Ja. Und ein bisschen wieder nach dem Haus. Ja. Ein bisschen Koffermelk machen. Ah, ja. Oder Tee. Ja. Aber jetzt kommt ein bisschen Koffermelk. Ja. Ja. Das ist ein bisschen koffert. Ja. Oh, das ist ein bisschen Koffermelk. Ja. 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 Und dann ist das halt hier alle, ganz unter Schnee, da wären das halt so grünlich, so eine schwere Gune Wir sitzen in dieser Chor, rundherum haben sich hier alles rein gemerkt und weil der Chor hier stehen, dass die Schneustarren, die übernacht, hat sich das alle rein gemerkt bezieht aber es kann sein, dass er noch eine Strip Schnee bürt hat Wenn ich da gerne höchst, da würde ein bisschen kalt sein und der andere Schnee haben sich hier alle abgekläfft und der sieht, dass er das hat geschoben dass es keine Strucke hier ist, wenn die hier da ist, wenn die beiden alle aufgebrennt es ist bloß eine witte Schnee-Klamp und da war ich hier mal einmal krüppel Wenn mir in Friedenfeld hier mehr handelt, sieht man Oh, wow Das ist ein Eisweg Ja, schau mal, da ist alles Schnee Oh, mein Gott Das hat sie gekauft Külter, 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 külter 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 Wow Das ist die Worte Hier, ich denke, ich habe ja Das kann ich mich zu kommen Ok Ja Oh Oh, aber das wäre jemalig, so ein Däub. Ja, der Schad wird ohne, besser am Welt aufschneiden. Wow! Da fährt noch eine Kuh. Weißt du was, wir gehen hier raus, hier am Fleck. Was ist das? Ich hoffe, ich hoffe, dass die Spurs haben wir dann hier geholfen. Es ist ein wetter Schneistaab. Ich warte mal ein bisschen. Schau mal her. Schau mal, wie der Wind hier gepustet hat. Und der hier schneit, also ist das abgepustet. Okay, meine Frau hat immer den Humperlewer geklopft. Das hat die mit dem Maschinen geholfen hier. Und dann weiß niemand, dass das Sonne dann abgestoppt ist. Ja, ich darf da einen Hund hängen. So, wir sind in der Tüße angekommen. Vielen Dank. Dort gehen wir an den Mehlmörg mit uns, der hier in der Schneidegunde. Wir wünschen Jund am 25. Dezember 2022 noch eine sehr schmuckige Weihnachten in Gottes Sehen. Vielen Dank für den Mehlmörg. Das sind wir hier in der Kirche. Wir wünschen dir und deine Familie noch einen schönen Tag mit Jesus. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020